Herzlich Willkommen durch zu einer weiteren Folge der zweiten oder dritten Folge von Let's Builds bei Sim4 und zwar unter alle ersten Let's Builds ich sage jetzt hier in dem Fall wenn man mal davon abzieht, dass ich ja eigentlich schon ähm weiß ich mal eine halbe Testplation mit Sim4 eigentlich Let's Builds war ähm naja auf jeden Fall ich glaube wir brauchen hier überhaupt keinen Dunstabzug oder? weiß ich gar nicht, wir brauchen hier einen Dunstabzug ähm ich baue mal Fotografen ein rein, weil ich glaube es ist nicht so geil wenn man dann den ganzen hier hoch im Haus hat ähm was ich hier für Möbel einbauen werde ist nicht ganz klar ich mach die ja mittlerweile meist früher waren es noch andere im Bild hier und wir haben dann immer eine Schmerzen aber mittlerweile die in die Bild hier weil ich die einfach von kleinen Arbeitsplatten her finde ich jetzt extrem cool ähm von den Baumen her und so ähm ich finde das einfach extrem da gemacht Das ist enorm erfreulich, das ist ein bisschen nervig. Ich muss mal kurz folgendes anmachen. So, das muss ich klein, dann kann man es mehr oder weniger frei verschieben. Man kann es frei verschieben, wenn ich einfach extrem cool finde. Man muss sich dann nicht wieder ansetzen, damit es klappt. Das Problem hierbei ist, dass zu diesen Theken keine entscheidenden Schränke an die Wand packen könnte. Von dem her muss ich nur überlegen, wann ich das daraus mache. Ich mache das so und habe noch ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, ich werde hier auch den Esstisch hinbekommen. Und das in den Eingangsbereich, den ich noch mal überlegen habe. Ich glaube, im Eingangsbereich wird auch noch mal einen anderen Boden reingelegt. Da mache ich jetzt mal den Boden hier rein. Aber ich glaube, ich werde es jetzt so machen. Und hier sind wir dann im Boden bereit. Ja, mal gucken. Das wird sich doch wahrscheinlich noch ändern ein paar Mal. Ja, lassen wir es jetzt erstmal so. So, besser. Das lässt sich erstmal so. Ähm. Man könnte natürlich auch den Eingangsbereich diesen. Da kann man auch diesen reinfragen. Aber das wurde ich hier noch mal überlegen. Ähm. Also grundsätzlich so sicher muss ich noch ein paar Mal erledigen. Und zwar natürlich. Ähm. Ähm. Natürlich. Ähm. Das ist ja nicht ganz egal. Das muss natürlich wieder angepasst werden. Ähm. So. Besser. Ähm. Ähm. In der Tüche müssen wir natürlich dann noch. Wie ich zeig auch anders sein. Eine. In der Tüche kann man diesen coolen Heimtücher einbauen. Aber es gibt auch immer die möchte ich einfach einbauen. Weil sie einfach genau cool sind. Und würde sie einfach noch geil erweitern. Zum Beispiel eben diese Profiküche. Ähm. Die finde ich einfach extrem cool. Und ich glaube das kann ich einfach nicht bequichten. Hier kann man eben das Ariete. Grundsätzlich ist das hier ein Problem. Wir haben hier einen richtigen Farben. Das Schwein hier. Ähm. Wir können eben den Schwarz machen. Ähm. Ja. Das ist jetzt natürlich auch so ein Problem. Machen wir jetzt einfach so. Ähm. Und dann am Ende. Und dann noch so ein großer Schrank. Hier hin. Ähm. Ähm. Ich lade jetzt hier noch. Ich lade jetzt hier noch. Da sieht aber auch nicht so wahll aus. Naja. Dann kommen nur da drei Schränke hin. Ähm. Und dann natürlich noch das letzte Kühlschrank. Wie man hier sieht. Ähm. Natürlich. Manche sind hier zweifalten. Aber wenn man sehen. Da hat man hier auch was zweifalten. Und hier irgendwas zweifalten. Und hier ist auch kein Problem. Ähm. Ja. Und hier dann eben noch. Ein. Ein schwankendes Geschirr. So. Erst ist jetzt eben erstmal die Küche. In der Küche werde ich dann natürlich noch ein bisschen. Alles anpassen. Ähm. Die Küche ist grundsätzlich mal fertig. Für Auden. Wir haben so viele Kiellen und Mechanismaschine. Wir haben patatische Kiect. Wir haben Kochen. Und sonst. Wir haben alles am Kochen. Die Feinheiten, die Dekoartikel und so. Die man dann irgendwie auch Spiel hat. So. Bei dem Kiegel ist leider die Wille und als Dreheratt und Verspekt。 Also irgendwann den Funktoren zu entscheiden. Wohin kommt der Esstisch hin? Vielleicht kommt man das Essenmal hin? Und was nehmen wir von Boden? Weil ich wede nicht. Ich werde den Boden noch machen sollen. Aber ich ja einfach mal. Man muss einfach. cida, von Boden nehmen. Keine Ahnung, ähm, ich weiß jetzt erstmal kurz, dass zumindest die Küche einen Anschluss bekommt. Ich würde sagen, das hier auf jeden Fall schon mal und dann ähm, das hier kann man immer nehmen und es sagt ja, das sieht auch noch so aus, das mache ich extrem an der Schiene, die Art hier so, ähm, so, welche Wände in den Häusern, also das finde ich extrem cool. Das mache ich extrem, das finde ich einfach extrem cool. Und das wollte ich auch so machen, das finde ich extrem cool, so weit, in der Art. Und damit ist dann die Küche auf jeden Fall schon mal praktisch regiert. Und dann habe ich auch in der Schleiterhüter, die ich hier habe, 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 die ich hier habe. Ich finde das, das war so, wenn ich mal in der Häusern hätte, so etwas perfekt tun würde. Also, ich finde das echt, ich hatte ich mal ein bisschen frei. So, sie hat irgendwie, ich hab einfach so einen ganz besonderen Touch zu sehen, ähm, ja, also. Die Tickle ist schon mal fertig, während der Rest ist auch nicht einfach noch komplett angefangen, sobald ich ja beim Rest vom Haus auch nicht angefangen habe zu planen, dann müssen sich doch ein Wende einziehen hier und dann wird schon der Boden an, dann würde bei einer, bei einer, bei einer, bei einer, bei einer Eichselrennung, wollen wir das auch hin, das glaubst du nicht mehr zu reden, das ist schrecklich. Malschboden, was ich mir sag jetzt. Äh, naja. Ähm, man kann aber das Malschboden von das gar nicht so schlecht. Das hier kann auch zum Beispiel rein. Da kommt dann so in das Wohnzimmer rein. Ähm, und hier, und ich da ankommen auch noch mal. Ja, ja. Ich hab irgendwie, ne, in die Sendung ist schon noch gleich nicht drauf. Ähm, und im Inneren vom Badezimmer, oder vom Gäste Badezimmer, Gäste Kno, kommt dann eben so etwas anderes so. Ähm, die Dach hier, wurden eben auch hier fortgesetzt. Ähm, Ich denke auch mal im Eingangsbereich, wenn ich nochmal gleich mit anderen fange, allerdings wird es auch nicht die Kunde bunt sein, weil dann sieht es auch nicht so toll aus. Ähm, im Thema Eingangsbereich, der Eingangsbereich, da muss ich nochmal etwas verlegen. Ähm, die Dach soll jetzt gar nicht mehr. Ich halte die Dach sollen, das einfach mal etwas dann. Also ich schätze, ich schätze nicht mehr, Ähm, da kommt dann eben, da, ein halbes Dampf, was ich gem Melk, Und dann eben hier hin, so, umso besser. Also mit dem einen Bereich, den ich noch nicht ruhig geschrieben habe, noch hier bin ich mit dem Rest relativ zu diesem Geschirr. Ich finde, es gibt auch noch so viele Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel auch noch hier irgendwas bauen, was ich zum Beispiel. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin auch nicht nur das Ding, aber das Ganze gut ich heute habe. Oh nein. Hur? Damit im Eingangsbereich bin ich noch nicht froh gekommen zu sehen, ähm, in der Kirchstatt bin ich schon, in der Kleckstück nur das Produkstück insbesondere, ähm, und hier muss ich dann echt mal überlegen, ob ich den Eingangs einbauen, ähm, aber ich muss das echt noch ein bisschen um den Eingangsbereich machen, weil ich bin klar, dass ich da noch voll gestiegen stand, und kommt hier rein, ähm, heute wird man hier zu Gast gegangen und dann, keine Ahnung, Ja Ja Wie war's damit? Ich glaub ich hätte das einfach geworfen Ich fände das einfach ineinander Hm Hm Ja Ich glaub ich wär das echt, das ich hier verbringe... ähm, ähm, dem Computer rein, der Computer, der Computer, der ein paar und und macht das wohl so dass man das Spiel ja die Gehaltweil macht aber ich bin da noch nicht ich bin da noch nicht das sieht doch nicht so gut aus wir machen das so, wir gehen hier Moment mal, ich mach das jetzt so, dass ich das hier und mach das jetzt so, dass ich das hier ähm Moment, da liest ich das aus So, da bin ich schon ein bisschen besser ja den Boden lasse ich jetzt auch so wahrscheinlich ähm das ist der Eingangsbereich nicht so echt etwas wo ich sagen muss das sieht dann so schön aus aber ja das lassen muss alles noch so hier kommen dann eben die Garderobe hin und so ähm mit einem riesigen Spiegel machen wir nicht äh so wir machen ein wir machen den Spiegel etwas kleiner wir machen einfach nur zwei Felge nebeneinander ähm und drumrum einfach so die Garderobe ja statt die Garderobe und der Eingangsbereich kann ich eben hier die Pallette ähm oder der Mangel ja das macht da auch kein Problem so 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 bin ich jetzt am besten am besten ähm ähm oder ne machen wir jetzt wenn ich wieder da dran machen wir einfach zwei Felge nebeneinander so und hier wird dann eben alles ausgeschnutzt die Sonnensägerungen, die sie überlegen da kann ich noch einiges ändern ähm da kann ich noch einiges ändern ähm ähm und dann gibt es mal die Videofolge wenn ihr euch mal mit übergelaufen glaubt ich hab auch gerne noch gefallen mach bitte bitte mit mal und öffnen